Wir haben sie als erstes hineinfahren sehen. Unsere, na wo sind sie denn jetzt? Gespanne aus Latun. Frau Herzen, Herr Kollege, hier vorne, dieser Achtständer mit Schimmel ist noch ein Traubild, meine Damen und Herren. Das Nationalspiel, Herr Kollege, nach Latun, ist einer der ältesten Punkt des Schimmels. Es wurde 1579 gegründet, um prächtige Gala-Zugferde für die kaiserlichen Karossen der Höfe in Wien und in Prag zu züchteln. Als Karlsruhe wird als Schimmel und Rappeln gesündigt. Das ist ursprünglich. Und die Schimmel zu weltlichem Fest wird also Hochzeiten, sobald wir das Tauchen genutzt im Adelshaus, und in Prag zu züchteln, sobald wir die Trauer feiern. Also, und das ist so, abgibt, den Vater nicht mehr so viel bei den Achtständern, mit Generaler, bei den Achtständer, bei den Wien und den Vater noch Brudelhoff, mit Generalissimo Egressi und von ihrer Amiga allen Frauen, und alle Be...... Vielen Dank. Auf dem Jahr, wie ich, bei den Schimmeln riecht die Komponentenbieter, Christina Dückerhoff. Wen sehen wir noch? Isabel Kiffmann. Der Zauberhoff und Kumpel, die hat der Zauberhoff und 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 der Zauberhoff. Der Zauberhoff und der Zauberhoff. Der Zauberhoff und der Zauberhoff. Der Zauberhoff. Dann sehen wir ganz vorne auf dem Kurzburg die gute Siege des Zauberhoff. Der Zauberhoff und der Zauberhoff. Der Zauberhoff. Der Zauberhoff. Der Zauberhoff. Der Zauberhoff. G Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 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 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020